Heute am 18. Mai öffnet das Rathaus Dormgen das erste Mal, wie viele andere Verwaltungsgebäude in Vorarlberg auch. Wie war denn der Ansturm? Also der Ansturm war enorm, von 8 bis 12 Uhr haben wir das Rathaus offen. Es waren über 500 Bürgerinnen und Bürger, die uns besucht haben und wir haben mit allen Maßnahmen gut vororganisiert, damit wir auch die Hygienebestimmungen im öffentlichen Raum einhalten. Okay, was waren denn das für Maßnahmen, die jetzt gelten beim Hochfahren des Rathauses? Also einerseits die Ausdünnung durch das Abstandhalten, auch die Einbahnregelung nur einen Eingang zu öffnen in der Stadtstraße, um das Ganze auch zu regulieren innerhalb des Gebäudes. Und die Hygienemaßnahmen sind natürlich das Hände desinfizieren. Dazu braucht es auch immer wieder die Aufforderung der Bürger und mit Mund-Nasen-Schutz nur das Gebäude zu betreten und natürlich weiterhin auch Abstand zu halten, um unsere Mitarbeiter auch zu schützen. Die Behördengänge sind alle wieder möglich oder gibt es Ausnahmen, bei denen man sagt, da muss man noch warten? Nein, die Behördengänge sind alle möglich, sind auch digital sehr viele Möglichkeiten, die wir über die Homepage anbieten. Und ansonsten auch nach Terminvereinbarungen am Nachmittag möglich. Gibt es jetzt noch einen Hinweis Ihrerseits an die Dornbirner und an die Personen, die jetzt das Rathaus besuchen? Also ich würde Sie bitten, nicht unbedingt von 8 bis 12 zu kommen. Wenn Sie dringende Anliegen haben, können Sie gerne einen Termin vereinbaren, vorab telefonisch, dann haben Sie auch keine Wartezeiten im Rathaus. Wie ist das? Vielen Dank.